O, just, na, die, naja ich glaube ich spiele lieber noch ein bisschen mit der rechten Hand Maria durch ein, ein Dorn, ein Dornwald ging ein Dorn, ein Dorn, ein Dornwald ging der hat naja ich glaube ich muss heimlich üben vorher und irgendwie brauche ich eine andere Notenstelle das steht zu weit weg oder noch besser ich schiebe das Keyboard weiter nach vorne habe ich noch ein bisschen mehr Platz und dann kann ich näher an den Tisch bin doch nicht zufrieden also muss ich noch ein bisschen in die Bedienungsanleitung gucken hier kann man sich nämlich noch so einen Metronomen zuschalten dann kann ich auch vernünftig üben ich höre deshalb jetzt erstmal auf hier 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 hier